So, wir sitzen jetzt hier. Wir haben das Schicksal gefragt, ob ich kaufen soll oder nicht. Und das Schicksal hat gesagt, kauf. Bitte, bitte, langsam, langsam, bitte. Ich kann mich nicht halten. Hallo, ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog auf unserem Kanal. Diesmal bin ich auch wieder zu sehen. Wow, uns ist gerade eben aufgefallen, ich habe gerade den Vlog von dem letzten Vlog geschnitten, und dann ist uns aufgefallen, dass Kobi einfach nicht eine einzige Szene mit dabei war. Wobei, ich bin noch nicht fertig, die Endszene muss noch gedreht werden. Also wirst du bei der Verabschiedung mit dabei sein. Wow, ja. Geil. Heute ist ein ganz besonderer Tag, denn wir fahren jetzt nach Köln zusammen. Warum? Weil ich, der gutaussehende, der junge Herr hier, braucht einen Anzug. Oh mein Gott, wie süß, das ist Mutter-Sohn-Instinkt. Habt ihr gerade fast zusammen genossen? Okay. Ja. Ich bin raus wohl. Ja, dann geht's. Okay, nein, komm, erzähl jetzt, was du brauchst unbedingt. Ich brauche einen Anzug. Richtig. Für Jodens Hochzeit. Richtig. Meine beste Freundin wird heiraten und dieser Herr hat keinen Anzug und den braucht er. Deswegen machen wir uns jetzt auf die Suche nach Köln und nehmen euch dabei mit. Wir sind angekommen in Kölle und stehen gerade im H&M drinnen. Haben wir schon gesagt, was wir jetzt für dich suchen? Ja, doch. So, haben wir jetzt auch zu Hause schon. Einen Anzug, ja. Und wir wollten jetzt zu Piek und Klottenburg einmal und einmal zu H&M. Und in H&M sind wir gerade drinnen. Und die haben hier auf jeden Fall so ein bisschen Auswahl. Ein bisschen. So ein bisschen grau wollte er eigentlich haben. Mal schauen. Hallo, Jutta. Ich habe ein Gespräch für dich auf Ritz. Okay, wir versuchen jetzt überhaupt mal rauszufinden, ob ihr größtentechnisch das was wird. Aha. Das Problem bei ihm ist halt immer seine Arme und seine Beine. Aber meistens die Arme, weil die Arme einfach zu lang sind. Was sagst du von der Farbe her? Ich finde, der sieht so gut aus. Sieht schön, schon schick aus. Aber die Ärmel sind zu kurz, oder? Ja, babe, aber du hast immer... Kannst du das mal runterhängen? Nee. Also wenn du es so runterhängen lässt, finde ich nicht. Oh mein Gott, ich habe dich noch nie in sowas gesehen. Nee, wie schön kann ein Mensch aussehen? Sonst läuft ja immer in Jogginghose rum. Aber er ist ein bisschen eng, ne? Ja, aber machst du das zu? Babe, machst du das wirklich zu? Oh, Leute, ich kaufe doch eben. Also das ist alles eng. Ja, okay, na gut, dann nicht. So, wir sind jetzt im nächsten Laden drin. Und zwar in Anson's. Genau, total witzig. In dem Laden war ich gestern schon mit Jule. Den Vlog habt ihr ja gesehen, wo wir die Krawatten gesucht haben. Und zwar, schaut mal hier. Ich habe noch eine gefunden. Wir hatten ja im Weidencenter zwei Stück gefunden. Und uns hat ja die dritte gefehlt. Und die habe ich jetzt hiermit gefunden. Und jetzt habe ich Jule gerade angerufen. Und sie ist jetzt ganz schnell losgefahren ins Weidencenter. Und guckt, ob die zwei noch da sind. Dann würde sie die zwei jetzt holen. Ich hole jetzt die eine, dann hätten wir drei. Das wäre richtig perfekt. Ja, mal schauen. Ich warte jetzt auf ihren Anruf. Colby ist gerade da in der Umkleide drinne. Und zieht jetzt hier mal ein paar Hemden an. Und währenddessen lädt hier gerade der Vlog hoch. Und? Das sieht nicht so eng aus. Ja, aber das ist so. Du musst dich daran gewöhnen. Hemden trägt man halt einfach eng. So. Wir sitzen jetzt hier. Und? Fühlt sich gut an. Wie siehst du aus, wie? Ich schritt ein bisschen eng, aber sonst... Da kannst du halt nichts für, ne? Oh mein Gott, ich habe dich noch nie so gesehen, babe. Oh yes. Wir sind jetzt, hoppala. Wir sind jetzt im, was sind wir? Ja, im Karstadt-Sport. Im Karstadt-Sport und hier ist alles reduziert. Und Colby hat sich jetzt hier, ja, hieran aufgehalten. Und zwar von, wo ist der Preis? Ich weiß nicht, 700 irgendwas. 700 mal 99. Und der kostet sogar auch wirklich im Internet 768 oder so. Wir haben geschaut. Vielleicht lässt du deine Tasche da nicht einfach so rumstehen, Schatz. Und dann ist dein Anzug gleich weg, ne? Aber den nimm ich auf jeden Fall. Den nimmst du mit, ja. Und deswegen sind wir auch hier reingegangen. Aber er wollte halt schon immer mal so einen Scooter haben. Und ich hab... Haben wir das im Vlog eigentlich mal gezeigt? Ja, scheiß nicht. Nee. Wiffer, wiffer. Wiffer. Du kannst es grob erzählen, sie hat mir mal einen gekauft. Ja, lass mich doch noch grob erzählen. Ich hab ihm mal einen gekauft gehabt. Ich hab ihn übersehen gehabt, dass das keine Straßenzulassung hatte. Er ist damit rumgefahren und hat ihn die Polizei angehalten. Und dann war das Ding auch schon wieder weg. So, und jetzt haben wir gerade gegoogelt, der hat Straßenzulassung. Wusste ich nicht, dass es sowas gibt, aber ja, anscheinend schon. Ich bin jetzt überlegen, mir den mitzunehmen. Eingetütet, das Ding. Schatzi, was hast denn du da? Leute, ich hab endlich... Der Traum von einem eigenen E-Scooter ist wahr geworden. Und wir haben das Schicksal gefragt, ob ich kaufen soll oder nicht. Und das Schicksal hat gesagt, kauf. Der war ausgestattet für 3,99 Euro, war dann aber falsch, kostet 4,49 Euro. Dann kommen wir in der Kasse an und der Mann, der uns den verkauft hat, wusste es nicht. Die scannt, ja, 360 irgendwas. Ist ja nicht so weit, wenn... Ja, nochmal 20% bekommen. Schattwort. Und jetzt hab ich endlich so ein Ding. Nice. Jetzt muss ich es nur noch bis zum Auto schaffen. Ja. Wir sitzen jetzt wieder im Auto und ich mach mal gerade die Warnblinklichtanlage aus. Kobi ist jetzt gerade schnell in den DM gehüpft. Wir haben jetzt letztens auf Twitch gestreamt und da hat uns eine liebe Zuschauerin... Das klingt so so dumm. Hat uns eine liebe Zuschauerin den Tipp gegeben, dass es bei DM solche... Kennt ihr diese Warm-Kalt-Kompressen? Und davon soll es wohl welche WDM geben mit so einem Gurt, den man sich dann halt quasi so um die Hüfte binden kann, dass die Bauch und Rücken gleichzeitig halt so, ja, warm halten. Und das hätte ich jetzt gerne, weil... Welches Mädchen von euch kennt es nicht, dass wenn man seine Erdbeerwoche hat, das auch so krass in den Rücken zieht. Und ich bin so schlecht gelaunt heute. Kein Bock mehr. Wir fahren auf jeden Fall jetzt gleich nach Hause und dann lege ich mich was auf die Couch. Guten Morgen, ihr Lieben. Hallöchen. Oh, ihr wundert euch jetzt bestimmt voll, warum auf einmal schon der nächste Tag ist. Leider. Wir haben gestern tatsächlich echt nicht mehr viel gevloggt. Lag an meinem Zustand. Sküßküß. Warte, warte, ich will die Leute überraschen. Nein, warte, warum nicht filmen? Okay, okay, wir wollten eigentlich noch länger in der Stadt bleiben. Wir sind aber dann zurückgefahren, sodass es mir nicht so gut ging. Und dann wollten wir eigentlich hier am Abend zu Hause weiter filmen, aber ich bin einfach um 9 Uhr oder so, glaube ich, ins Bett gegangen, weil es mir so schlecht ging. Aber jetzt geht es mir besser. Und ja, ähm, nicht in der Wohnung, habe ich gesagt. Ihr habt ja gestern schon gesehen, was er sich gekauft hat. Guckt euch das fette Ding mal an, wie riesig das ist. Guckt euch das an. Das ist wirklich krass. Das war jetzt mega der Spontankauf. Aber er wollte so ein Ding halt wirklich schon immer mal haben. Und es hat halt was, es hätte 800 Euro gekostet. Und wir haben es für 350, glaube ich, bekommen. Also muss man schon echt sagen, war echt ein gutes Angebot. Aber es ist auch ein Riesending. Ich schaue euch das mal an. Man kann so, also das hat so eine Riesenfläche. Man kann mit zwei Füßen nebeneinander draufstehen. Bei den meisten muss man so hintereinander stehen. Das ist echt monströs. Und was richtig, richtig Geiles, muss ich sagen. Ähm, man merkt halt, dass das alles hier so richtig stabil ist. Also, Riesenreifen. Und du kannst halt wirklich so... Mega. Ja, Juli mag das Ding nicht so gerne. Aber in der Wohnung wird auch eigentlich nicht gefahren. Ich würde sagen, wir ziehen uns kurz an und dann blüßen wir mal unten eine Runde. Ja? Ja? Oh, geil, ja, mach mal. Und danach gibt es Milchreis. Ich habe Bock auf Milchreis. Ja, let's go, let's go. Erster. Du bist eklig. Das passt alles rein. That's what she said. Let's go. Perfektes Wetter jetzt, um dann mit dem Röhnchen zu fahren. Hello. Oh, mein Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott. Ja, aber so sieht man mich auf jeden Fall gut. Ja, ich hoffe, dass es nicht jetzt zu laut ist, aber das macht so Bock. Zeig, film mal nach unten. Vor allem dadurch, dass das so riesig ist, das Ding, also diese Platte, können wir hier richtig problemlos zu zweit draufstehen. Wir hatten ja schon mal eins, das war so klein, da konnten wir, never ever, haben wir da zusammen drauf gepasst. Und jetzt düsen wir hier einfach mal. Oh, schützi, schützi. Nicht so eng in die Kurve. Und ja, Versicherungsschutz besteht, Leute. Habe ich gestern abgeschlossen. Ich stelle dich auch nicht. Für 11,50 Euro. Achso, ja. Im Jahr? Ja, ja, richtig spitzig. Oh mein Gott, voll günstig. Funktioniert. Krass, ja, auf jeden Fall düsen wir jetzt hier. So, das ist halt. Und dann halt so, ach, mal morgens zum Bäcker fahren, so ein Rötchen holen oder so. Aber ich habe gerade gesagt, ich fühle mich hier drauf gerade, wie als wären wir irgendwo, keine Ahnung, im Urlaub und wir hätten so ein Ding ausgeliehen. Es fühlt sich gerade voll befreiend an, einfach hier so lang zu düsen. Ja, und was ich richtig auch nice fand, wir werden es auf jeden Fall auch mit nach Holland nehmen, das Ding. Toll, weil wir können es gut zusammenklappen, ne? Ja. Oh, die Kurve, die Kurve, die Kurve, die Kurve, die Kurve, die Kurve. Ich habe gerade so Respekt vor diesen Dingern. Oh, Schatz, ich bin gefasst, bitte weg, bitte. Nein. Lass dich bitte, ich werde dich gerade hören. Ja, wir können ein bisschen Titanic machen. Jetzt liegt nochmal. Nichts, aber das fühlt sich so schnell an. Oh, Leute, ich muss die Kamera wegpacken, ich muss mich festhalten. Babe, bitte, bitte langsam, langsam, bitte. Ich kann mich nicht halten. Nicht so schnell. Du kannst nicht so eine Vollbremsung machen. Wow, wir sind wieder da. Okay, er macht dieses Ding wirklich nicht. Alles gut, hey, das macht nichts. Das macht nichts. Freust du dich, dass wir wieder da sind? Ja, wir waren sechs Stunden weg, ich weiß. Wie schlimm, waren wir so lange nicht daheim? Wirst du schön alleine geblieben? Toller Junge. Jetzt gibt es erstmal Frühstück. Ich habe Lust auf Milchreis und Toast. Ich habe Milchreis, ich esse Toast. Okay, hier sieht es ja wieder richtig geil aus. Der Milchreis ist in the making. Und Schatzi hat schon seinen Toast. Juten Hunger. Danke. Lasset ihn schmecken. Danke. Das sieht gut aus. Und du? Hast du auch schon gegessen? Nicht aufgegessen. Kollege. Schatzi, bist du süß? Ich bin gerade ganz nah ran gesund an dein Gesicht. So, ich werde mich jetzt erstmal fertig machen für den Tag über. Und wollte hier was ausprobieren. Und zwar, als wir in Mallorca waren, ist mein Lockenstab einfach kaputt gegangen. Voll krass. Ich habe hier, Sekunde, so einen gehabt. Einfach nur an und aus. Und dann hatte man so verschiedene Aufsätze. Die habe ich sogar, glaube ich, hier noch irgendwo. Und dann hat man hier quasi verschiedene Aufsätze draufstecken können. Aber, das Mittelding hier, sieht man das? Ja, hier ist so ein Pinüppel drauf gewesen. Und der ist mir abgebrochen. Dann dachte ich mir, okay, komm, bin ich mal richtig fancy und bestelle mir einen coolen Lockenstab. Und zwar diesen hier. Damit komme ich aber absolut nicht zurecht. Den werde ich, glaube ich, zurückschicken. Aber dann mal schauen, was ich damit mache. Und habe mir jetzt meinen alten quasi wieder bestellt. Der ist sogar echt günstig gewesen. Also der von damals hat, glaube ich, 20 Euro gekostet. Und der jetzt 25 Euro. Und hoffe, dass der jetzt genauso gut sein wird, wie mein Alter. So, dann wollen wir den ganzen Kram doch hier mal testen. Nee, das funktioniert besser. Und das ist jetzt das Ergebnis. Rechts gelegen mir die Locken irgendwie immer. Ein Stückchen besser als links. Was ist das hier unten? Meistens muss ich den Tag über hier auf der linken Seite auch nochmal drüber gehen. Weil hier rechts liegen die dann meistens ein bisschen, ich weiß nicht, schöner als hier links. Ach, keine Ahnung. Ich habe die sowieso eigentlich meistens immer hinten. Und dann sieht es eh immer gleich aus. Da seid ihr noch einmal. Komm, hinten. Wundervoll. So, ihr Hübschen. Ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir dann auch diesen Vlog. Wir hoffen, dass er euch gefallen hat. Wenn ihr lasst uns sehr, sehr gerne ein Däumchen nach oben da. Ich habe gerade noch meine Nägel neu lackiert. Muss immer wieder sein. Ich habe diesmal einen weiß genommen auf allen Fingern. Ich hatte vorher ja so bunt. Jetzt quatsch ich euch wieder zu. Ich wollte eigentlich Tschüss sagen. Genau. So sehen meine Nägel jetzt aus. Hat sie neu gemacht. Genau. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Dann lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Schreibt einen lieben Kommentar und lasst in den Kommentaren den Hashtag Hashtag Anzug da. Genau. Dann werden wir da auf jeden Fall mal vorbeischauen und allen einen lieben Kommentar oder ein Herz bei eurem Kommentar da lassen. Versteht ihr, was ich meine? Ich hoffe. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Vlog wieder, wo ihr auf jeden Fall einschalten müsst. Denn die nächsten Vlogs werden auf jeden Fall spannend. Wir werden euch da hoffentlich sehen. Und dann bis zum nächsten Mal. Wir haben euch lieb. Tschüss. Tschüss.